Servus Leute, seit gestern läuft ein neues Halloween-Event, ich nenne es mal das Sraki-Event und da hat sich BSG einiges an Gedanken gemacht und zwar ist es so, Sraki, die Wache vom Lightkeeper eigentlich läuft auf der Map rum, ist gutmütig, das heißt, wenn man ihn nicht abschießt, dann lässt es ein paar Geschenke fallen und wenn er abgeschossen wird, dann wird das Event getriggert, die Map verdunkelt sich und es kommt ein blaues Licht vom Himmel und unten am Boden bei diesem Licht stehen 5 Kultisten, die ein Ritual ausführen und ihr könnt es auch sehen im Exit, in der Exit-Anzeige, dass dieses Ritual läuft und wenn diese 5 Kultisten nicht gekillt werden, dann kommt ein böser Sraki und ja, der jagt alle über die ganze Map und wenn ihr in seiner Nähe seid, dann jampt die Waffe und ja, ich weiß, es gibt auch Möglichkeiten, ihn dann zu töten, aber meistens ist es eher nicht der Fall und es empfiehlt sich, dieses Ritual zu unterbrechen, weil die Kultisten auch recht gut Blut haben, wie ihr gleich sehen werdet und ich habe das einfach mal alles in einem Raid gemacht und es ist recht kompliziert, wie gesagt, die SG hat sich da einige Gedanken gemacht, aber ich finde dieses Event echt gelungen, es greift nicht zu arg in das Gameplay, ja, von Low-Levels ein, ihr könnt also normal weiterspielen, wenn ihr da keinen Bock drauf habt, auf das Event, auf der Map seid, dann geht einfach Richtung Ausgang, ihr habt dann einen Ausgang, 6 Minuten Zeit und ja, jedes Mal, wenn dieses Event getriggert wird, hat man bloß noch einen Ausgang, ähm, der ist dann offen, der bleibt auch offen und ähm, dahin könnt ihr euch flüchten, von daher könnt ihr auch ganz normal weiterspielen oder euch einfach mal dieses Event geben und die Kultisten gründen, aber soviel dazu, ich will nicht zu viel vorweg nehmen, aber eine kleine Erklärung, ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch, Twitch.tv slash Outsider, würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut, Link unten in der Description oder im ersten Comment, lasst mal ein Follow da und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen, Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video und jetzt viel Spaß. Das leckt wahrscheinlich wieder nicht. Oh man. Wie lange ist es her? Fünf Minuten. Die Erklärung für die, fürs Event. Dann echt wieder vieles Gäste, ne? Ein paar im Discord, aber keine wirklich aktuellen HGD, die war ich im Moment, war ich ein bisschen faul. Kann ich ihn schreien hören? Nicht wirklich. Ich glaube, der ist nicht da. Pilot. Was ist denn los auf Streets? Immer diese Mikro-Statter. Performance ist kacke. Drops ohne Ende. Muss die ganze Zeit mein Game neu starten. Kann ich überhaupt nicht spielen. Der nächste Vibe wird sicherlich katastrophal. Und dann erweitern die auch noch. Wie kann das nur gut gehen? Wir haben alle bloß 10 FPS. Ging's da was? Boah! Komm her! Jawohl! Wer bist denn du? Na, Freund der Sonne. Hi. Sehr gut, ist Raki. Soll ich ihn headshotten? Okay, ich headshot ihn. Wow. Okay, Event geht los. Who in Roadblock? Okay. Mal kurz Amo machen. Was ist hier drin? M80, okay. Die anderen Spieler sind angry. Das könnte jetzt mal jemand klippen, der gut ist Raki. Die können wir auch verwenden. Das Ritual kommt gleich. Moment. Da hinten ist das Blaue. Da muss ich gleich hin. Da stehen jetzt ein paar Kultisten. Duki Duk hat's geklippt. Dankeschön. Ähm. Kann man einbinden. Ein paar Sekunden fehlen. Okay, ich war ein bisschen zu langsam. Ne, da ist nicht der Exit. Man hat jetzt bloß einen Exit. Ihr seht's. Nur den UN-Roadblock könnte ich jetzt raus. Ich glaube ich, danke schön für die 100 Bits. Danke fürs GG. Der Exit ist wohl random, ja. Der Wodka soll die D-Bas wegmachen. Der Wodka soll die D-Bas wegmachen. Dankeschön. Ey, jetzt hör auf. Ich seh nicht, nicht. Oh mein Gott. Ich muss auf jeden Fall die Kultisten wegmachen. Ich brauch jetzt auf jeden Fall meinen SZ6. Ah, die killen die, glaube ich, schon. Event, man muss das Event unterbrechen. Vier Minuten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich glaube nicht, er steht auf jeden Fall nicht da. Wenn es nicht unterbricht, kommt der böse Israki und tötet jeden. Dann jampt die Waffe und dann war es das. Dann wirst du richtig, richtig durchgenommen. Oha. Uhuhuhu. Jikes. 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 Das kann man vergessen, glaube ich. Die haben wir noch. Ja, zwei Minuten, das wird eine knappe Kiste, also ich komme noch nicht ran. Eine Granate, ja, die ist es. Ich glaube, ich brauche von hier nicht mehr piken, ich gehe hinten am Wasser lang. 1,40. Oh, shit. 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 Ich sehe ihn nicht. Event-State-Summon-Failed. Ich habe es. Ausdruckzeichen-Event. Oh, oh. Ja, komm. Okay, krass. Alles wieder gut. Dad. Ja, volo. XTG, I take it. Und jetzt Oh boy. guten abend auf den nächsten monat smile danke für den support, wir kommen zu grauen von der akku kreie ich bin mit der akku kreie 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Level 13. Der Chicken, ey. Ganz schöner Fight. Respekt an ihn. Hey, wir retten Leben. Ich weiß, Jericho, ich weiß. So, übrigens alle... Nee, ist immer noch U in Roadblock. Oh, war Max vielleicht doch ein Zamp machen? Das war's für heute. Alter. Deo, danke für die 300. Danke fürs Support. Danke fürs Ding, ding, ding. Nochmal, nochmal, komm. Oh, XTG. Eh, was hier? R, B, V, O. Okay, den hatte ich bis jetzt noch nie. Das erste Mal, dass ich den finde, diesen White. What the fuck? Poison Flair werden alle friendly. Poison Green Flair werden alle, egal was, Gavs, Bosse, sind alle friendly. Okay. Okay. Un-Roadblock. Ah, jetzt geht's langsam wieder auf, ne? Outskirts oder U in Roadblock, was ist näher? Oh, wir machen uns erstmal kurz die Arme dran, oder? Oh, boah, ich steig drauf. Beides recht weit. So, Leute, wir machen uns mal hier... Hallo, YouTube im Chat. Auf geht's. Ich hoffe, ich komme jetzt hier raus. Ja, ich hatte nie Zweifel. Also, es geht scheinbar bloß dieser Exit, der am Anfang dann einmal aufgeht. Ah, war ein krasser Raid. Kleine Wanderschaft. War echt ein krasser Raid. Mal schauen. 6.600 XP. Wer hat 30.000 getippt? Ja, 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 ja. Ähm, joa. Ritulani Sektant. Und der gute Chicken. Der hat mir ganz schön Fight geliefert, der gute Chicken. Na gut. Ja, die geben scheinbar nicht mehr XP. Aber Ritual unterbrochen. Wie heißt der? Wie heißt Draki? Das ist Raki. Headshot, Boss. Ich hoffe, ich kann jetzt noch zum Lightkeeper. Es könnte natürlich sein, dass ich da nicht hin kann. Ei, ei, ei. Das wäre ja nichts. Na egal. Egal. Ich bin eigentlich ja nichts. Nummer spü wal. Ich habe ja nichts. Das ist Raki. Das ist Raki. I'll see you again